Was geht Leute? Ich bin Liff von Klassenbildung. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Video. In der Vergangenheit haben wir uns schon öfter mit Persönlichkeiten der revolutionären Geschichte beschäftigt. Heute wollen wir uns Clara Zetkin einmal genauer anschauen. Der Name Clara Zetkin ist mit Sicherheit vielen ein Begriff. Wir kennen ihn von Straßenschildern, wissen, dass sie irgendwas mit dem internationalen Frauenkampftag zu tun hat oder kennen sie aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Um Clara Zetkin schwören viele verschiedene Erzählungen. In der bürgerlichen Erzählung wird Clara Zetkin als Friedensaktivistin dargestellt und man verbindet sie vor allem mit dem Frauenwahlrecht. Sie war aber weit mehr als das. Sie war eine bedeutende Kommunistin und eine der wichtigsten Vorreiterinnen der proletarischen Frauenbewegung und spielte eine vorantreibende Rolle im antifaschistischen Kampf. Das findet bis heute selbst in der revolutionären Bewegung zu wenig Beachtung. Wer Clara Zetkin eigentlich war, wie sich ihr Leben und ihr politischer Weg gestaltete, darüber wollen wir heute sprechen. Clara Zetkin wurde 1857 im sächsischen Wiederau in der Nähe von Leipzig in eine liberale Lehrerfamilie, die den Werten der Aufklärung und französischen Revolution nahestand, hineingeboren. Und geboren wurde sie auch hinein in eine Zeit voller Aufbrüche, Krisen und großer Veränderungen, die ihr Leben maßgeblich bestimmen sollten. Als Zetkin geboren wurde, gab es das Deutschland in den Grenzen von heute noch nicht. Zehn Jahre zuvor scheiterte die Märzrevolution an der preußischen Übermacht. Versuche der Nationalversammlung, einen Grundrechtskatalog für alle Bürger und eine Verfassung durchzusetzen, waren nicht erfolgreich. Stattdessen wurden liberale Errungenschaften aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgenommen und die polizeiliche Überwachung und staatliche Repressionen ausgebaut. 1871 wurde dann das Deutsche Reich gegründet, allerdings nicht von unten. Die Staatsgewalt lag weiter in den Händen der Fürsten und Stände. Staatsoberhaupt war jetzt der Deutsche Kaiser. Dieser ernannte auch den Reichskanzler, der bis 1890 Otto von Bismarck war. Zwar gab es mit dem Reichstag auch ein Parlament, Frauen durften an diesen Wahlen allerdings nicht teilnehmen. Und auch war dieser nicht beteiligt an der Regierungsbildung. Trotzdem bildeten sich erste Parteien heraus. Die liberale Haltung trieb die Familie Zetkin 1872 nach Leipzig, auch um den Kindern dort eine Ausbildung zu ermöglichen. Clara Zetkin schloss 1878 ihre Ausbildung als Fremdsprachenlehrerin ab, in einer Zeit, in der das vielen Frauen verwehrt blieb und sie in vollständiger Abhängigkeit von ihren männlichen Familienmitgliedern oder Ehemännern lebten. Dass dies für Clara Zetkin möglich war, lag auch an den Kontakten ihrer Mutter zur damaligen bürgerlichen Frauenbewegung. Aber auch die Sozialdemokratie lernte sie in Leipzig kennen. Über einen Studentenzikel traf sie den russischen Sozialdemokraten und ihren späteren Partner Ossi Zetkin. 1878 trat sie dann der Sozialistischen Arbeiterpartei der späteren SPD bei. Das bedeutete für Zetkin auf unterschiedliche Weisen große Schritte. Einmal, weil es ein eindeutiges Symbol ihrer Politisierung war, aber auch, weil es einen Bruch mit ihrem alten Leben bedeutete. Sie entfernte sich von ihrer Familie und den anderen Lehrerinnen. Im selben Jahr, in dem Clara Zetkin der SPD beitrat, wurden die sogenannten Sozialistengesetze erlassen. Diese sollten die erstarkende Arbeiterinbewegung schwächen. Denn ab Mitte des 19. Jahrhunderts organisierten sich immer mehr ArbeiterInnen in Vereinen und Parteien. In Deutschland entstand dann aus dem Zusammenschluss des Allgemeindeutschen Arbeitervereins und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei die Sozialistische Arbeiterpartei, von der auch Zetkin Mitglied war. Die Sozialdemokratie sammelte sich in einer Partei, worin die Herrschenden eine Gefahr für das junge Deutsche Reich sahen. Das Sozialistengesetz, welches mit Mehrheit von Konservativen und Nationalliberalen durchgesetzt wurde, hatte das Ziel, die deutsche ArbeiterInnenbewegung schwach zu halten und ihre Strukturen zu zerschlagen. Organisationen, Publikationen, Versammlungen und Parteien konnten mit dem Gesetz verboten werden. Mit dem Gesetz wurden tausende SozialistInnen verhaftet oder ins Exil getrieben. Die Repression ließen auch Clara Zetkin nicht unberührt. Als ihr Partner, Ossip Zetkin, 1882 des Landes verwiesen wurde, folgte sie ihm nach Paris. Clara Zetkin sollte acht Jahre im französischen Exil bleiben. Die Zeit dort bedeutet für sie aber keinen Rückzug oder Entpolitisierung. Einmal lernte sie dort russische RevolutionärInnen kennen, die ihre politische Arbeit ebenfalls aus dem Exil verfolgen. Auch begann sie dort intensiv marxistische Schriften zu studieren. Möchte man einen entscheidenden Punkt ihrer politischen Entwicklung im Exil festmachen, so war das wahrscheinlich ihre Rede über die Befreiung der Frau auf dem Internationalen Arbeiterkongress in Paris 1889. Dort legte sie Grundsteine für ihre späteren Arbeiten zur Beantwortung der Frauenfrage. Zentral war für Zetkin das Recht auf Erwerbsarbeit als Grundlage für die ökonomische Unabhängigkeit der Frau. Nach dem Tod von Ossip Zetkin und der Lockerung des Sozialistengesetzes kehrte Zetkin 1890 nach Deutschland zurück. Kaum dort angekommen, begann ihr Aufstieg in der deutschen Sozialdemokratie. Sie übernahm 1895 als erste Frau ein leitendes SPD-Parteiorgan und wurde fünf Jahre später Teil des Parteivorstandes. Kurz nach ihrer Rückkehr übernahm sie die Redaktion der Gleichheit, eine sozialistische Frauenzeitschrift, die sich anders als andere Organe nicht nur für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern innerhalb des Systems einsetzte, sondern sich klar gegen Krieg und Militarismus positionierte. Schon das zeigt uns, warum wir Clara Zetkin nicht gerecht werden, wenn wir von ihr als Frauenrechtlerin sprechen. Denn mit der bürgerlichen Frauenbewegung ihrer Zeit hatte Zetkin wenig gemeinsam. Als Sozialistin hatte sie das Ziel, Frauen der Arbeiter in Klasse für die Revolution zu gewinnen. Zetkin war davon überzeugt, dass die Unterdrückung und Ausbeutung der Frau nur im Sozialismus ein Ende finden würde und dabei nicht losgelöst von der Befreiung der ganzen Arbeiter in Klasse betrachtet werden konnte. Die Emanzipation der Frau, wie die des ganzen Menschengeschlechtes, wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. Sie war 1907 eine der Initiatorinnen der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz und die Leitung des Internationalen Frauensekretariats bis 1917. Schon das zeigt uns, dass Zetkin nicht einfach als Teil der bürgerlichen Frauenbewegung gesehen werden kann. Noch klarer zeigte sich das an ihrer Haltung zum Frauenwahlrecht. Denn während für große Teile der bürgerlichen Frauenbewegung dieses im Mittelpunkt und am Ende ihres Kampfes stand, verstand Zetkin es als Mittel zum Zweck. Denn ihr war bewusst, dass auch das Wahlrecht die Unterdrückung der Frau nicht beenden würde, es ihnen aber ein Mittel in die Hand geben würde, um den politischen Spielraum zu erweitern und so mehr Frauen für den revolutionären Kampf zu organisieren. Dem Recht auf Arbeit sprach Zetkin eine besondere Bedeutung bei und sah es als Notwendigkeit für die Befreiung der Frau. Als Teil davon sprach sie sich für die besondere gewerkschaftliche Organisation von Frauen aus und auch sonst sah sie die Notwendigkeit besonderer Frauenstrukturen. Diese Überzeugung hatte sie nicht, weil sie die Frauenbewegung vom Rest der sozialistischen Bewegung absondern wollte, sondern weil sie sah, dass die doppelte Ausbeutung und besondere Unterdrückung der Frau eben auch besondere Anstrengungen und Mittel im Kampf dagegen braucht. Und so entwickelte sie 1920 Richtlinien für die Frauenarbeit der KPD und war ab 1925 Vorsitzende des Roten Frauen- und Mädchenbundes. Mit ihrer Ansicht, dass es für die Organisation von Frauen besondere Formen der Agitation sowie besondere eigene Organisationen braucht, stieß sie auch in ihrer Partei immer wieder auf Widerstand. Schon bevor der Erste Weltkrieg ausbrach, erkannte Clara Zetkin die Gefahr eines imperialistischen Weltkriegs. Auf einer Rede des Internationalen Sozialistenkongresses 1912 warnte sie eindringlich vor einem kommenden Krieg und rief ihre Genossinnen dazu auf, den Krieg gegen den Krieg zu führen. Als der Weltkrieg dann ausbrach, entsprach die Politik ihrer Partei, der SPD, dem aber so gar nicht. Anstatt zu erkennen, dass die Arbeiter in Klasse nichts zu gewinnen hat in einem Krieg, unterstützte die Partei mit ihrer sogenannten Burgfriedenpolitik und Zustimmung zu den Kriegskrediten die deutsche Kriegsführung. Zetkin erkannte im Gegensatz zu vielen ihrer Parteigenossinnen, dass das ein Fehler war. Als Reaktion auf diese Politik wurde sie eine der Mitorganisatorinnen der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Bern. Sie war überzeugt davon, dass es Aufgabe aller sozialistischer Frauen war, Widerstand gegen den Krieg und die Instrumentalisierung der Frau für diesen zu leisten. Dieser Aufruf blieb nicht folgenlos. Wegen versuchten Hochverrat kam Zetkin für vier Monate ins Gefängnis. Trotz der ihr widerstrebenden Kriegspolitik blieb Clara Zetkin noch Mitglied der SPD. Allerdings gründete sie 1916 mit anderen, die diese Politik ebenfalls ablehnten, die Gruppe Internationale als Fraktion innerhalb der SPD, der spätere Spartakusbund, aus dem einige Jahre später die KPD hervorgehen sollte. 1917 war sie Mitbegründerin der USPD, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei. Die SPD-Leitung zog daraufhin Konsequenzen. Das Amt als Frauensekretärin im Parteivorstand wurde ihr genommen und auch als Redaktionsleitung der Gleichheit musste sie zurücktreten. Aber Zetkin war lange nicht die Einzige, die den Krieg ablehnte. Mit den Kieler Matrosenaufständen und der daraus entstehenden November-Revolution wurde der Krieg dann beendet. Auch das Zeitalter der Monarchie in Deutschland endete. Der Versuch, eine sozialistische Räterepublik aufzubauen, scheiterte hingegen. Um den Jahreswechsel 1918-19 wurde dann aus dem Spartakusbund heraus die Kommunistische Partei Deutschland, kurz die KPD, gegründet. Die Revolution wurde von den neuen Herrschenden mit der Hilfe der SPD niedergeschlagen. Auch an der Ermordung von Zetkins Genossinnen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht war die SPD beteiligt. Ein Ereignis, was die Revolutionärin schwer traf. So kehrte sie im März der Sozialdemokratie endgültig den Rücken zu und trat der KPD bei. Dort wurde sie Teil der Leitung. Statt der Monarchie gab es in Deutschland nun eine parlamentarische Demokratie. Auch Zetkin saß für ihre Partei von 1920 bis 1933 im Reichstag. Die Oktoberrevolution wurde 1917 für Zetkin zu einem wichtigen Bezugspunkt. Die erste erfolgreiche sozialistische Revolution gab auch Zetkin Hoffnung für ihren politischen Kampf. Zudem stand sie im engen Austausch mit anderen russischen Revolutionärinnen, zum Beispiel Alexandra Kolontai und Nadezhya Krupskaya. Auch aufgrund ihrer schlechten gesundheitlichen Lage verbrachte Zetkin immer wieder Zeiten der Sowjetunion. Zetkin Sie hatte sie auch früher als viele ihrer Zeitgenossen die Gefahren und Anzeichen des Faschismus. Ihre Analysen stellte sie im Juni 1923 in einer Rede vor dem erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationalen, EKKI, vor. Dabei ging sie von den Erfolgen des Mussolini-Faschismus in Italien aus. Sie verstand, dass dort eine faschistische Diktatur errichtet worden war und sah diese Tendenzen auch in Deutschland. Denn dort war die Situation durch die Ruhrbesetzung und die anhaltende Wirtschaftskrise ebenfalls zugespitzt. Es ging ihnen nicht darum, die italienischen einfach auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen. Jedoch machte sie zwei Wesenszüge des Faschismus aus. Ein scheinrevolutionäres Programm und brutaler Terror. Zentral in Zetkins Analyse war außerdem die psychologische Wirkung faschistischer Ideologie auf die breiten Massen. Sie schloss daraus, dass der Faschismus nicht nur militärisch, sondern auch politisch und ideologisch bekämpft werden muss. Dabei war Clara Zetkin keine Pazifistin. Sie strebte eine proletarische Einheitsfront an und erkannte Gewalt als Mittel gegen den Faschismus an. Aber eben nicht in Form von brutalem Terror, sondern als die Macht des revolutionär organisierten proletarischen Klassenkampfes. In ihrer letzten Rede im Reichstag 1932 rief sie zum Kampf gegen den Faschismus auf. Dabei richtete sie sich besonders an Frauen, denn sie erkannte, dass im Faschismus erkämpfte Rechte wieder weggenommen werden und dass die Reduzierung auf die Mutterrolle zur Folge hätte. Clara Zetkins Leben endete am 20. Juni 1933 in der Nähe von Moskau. Sie erlebte die Machtergreifung des Hitlerfaschismus also noch, lebte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon in der Sowjetunion. Dass ihr Leben und ihre politische Arbeit das Leben vieler Menschen beeinflusst hatte, zeigte sich nach ihrem Tod mehr als offensichtlich. Um die 400.000 Menschen kamen, um sich von der Revolutionärin zu verabschieden. KommunistInnen, aber auch bürgerliche GeschichtswissenschaftlerInnen sind sich einig. Clara Zetkin war eine wichtige Persönlichkeit in der deutschen Geschichte. Aber sie war weder Pazifistin noch eine bürgerliche Frauenrechterin. Sie war eine Vorreiterin im revolutionären Kampf gegen den Faschismus, für die Befreiung der Frau und für den Sozialismus. Deshalb berufen wir uns auch heute noch auf ihr Erbe, welches sie uns hinterlassen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen, Kritiken oder Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik